Drei Wahrheiten und ein Todesfall. Deswegen trage ich heute auch dieses ganz frische Schwarz. Ich werde euch heute drei Wahrheiten mit auf den Weg geben, die ihr dringend kennen solltet für eure Bewerbung. Und am Ende werden wir dann alle gemeinsam ganz feierlich einen Irrglauben zu Grabe tragen, der euch nämlich auch bei einer guten Bewerbung, nämlich einer, die zu einer Zusage führt, ganz schnell im Wege stehen kann. Die drei Wahrheiten, die ihr unbedingt kennen solltet, ist Nummer eins. Die Firma sucht nicht den besten Bewerber. Ihr kennt das Gefühl, wenn ihr euch beworben habt und dann kommt eine Absage ins Haus geflattert, dann denkt ihr immer, ja Mist, jemand anderes war einfach besser. Aber daran liegt es halt gar nicht so oft, wie ihr glaubt. Und um das zu erklären, habe ich ein etwas schräges Beispiel mir ausgedacht. Aber ich habe mir überlegt, wenn ich dir jetzt meine Kreditkarte gebe und sage, fahr mal bitte in die Stadt und besorg da für mich den besten Staubsauger, den du überhaupt nur kriegen kannst, dann wirst du daran vermutlich scheitern. Denn das ist viel, viel schwieriger, als es sich anhört. Ja, wie geil. Also das Gerät hier, das hat so eine wahnsinnige Saugkraft. Damit kriege ich wirklich alles. Also wenn ich Honig verschüttet habe, kann ich den nach vier Tagen noch mit diesem Staubsauger aus dem Gewebe wieder rausziehen. Allerdings stellst du dann fest, Energieeffizienz F-, Minus-, Minus. Ist das jetzt der Beste oder nicht? Okay, dann nimmst du halt einen, der Energieeffizienz Klasse A hat. Und dafür spielst du bei dem aber überhaupt keine Rolle, ob du nun überhaupt saugst oder nicht, weil der halt überhaupt keine Power hat. Dann suchst du dir andere Kriterien und sagst dir, hier, dieses Modell hat einen Saugbeutel, der ist so groß, damit kannst du sieben Stockwerke durchsaugen, ohne jeweils das Ding austauschen zu müssen. Ja, der Haken ist aber wieder, das Gerät wiegt so viel, dass du es auf gar keinen Fall sieben Stockwerke hochschleppen willst. Von etwas das Beste zu finden, ist schon wahnsinnig schwierig, wenn man über so etwas Einfaches redet wie ein technisches Gerät. Und wie schwierig ist das erst dann, wenn man von Menschen spricht? Also wenn eine Firma jetzt ernsthaft vorhaben würde, den oder die Beste zu finden für diesen Job, dann müssten die sich vorher so wahnsinnig viele Antworten geben, auf so viele Fragen, die sie zum Teil noch gar nicht kennen, dass das wirtschaftlich gar nicht sinnvoll wäre. Es ist so ein bisschen dieses Prinzip, I know it when I see it. Und im Grunde ist es so, Firmen bevorzugen sehr oft diejenigen Kandidaten, die bei der Suche die wenigsten Probleme bereiten. Und die Wahrheit Nummer zwei ist auch wieder ein wenig bitter, aber keine Angst, ich habe nachher lauter gute Nachrichten für euch. Wahrheit Nummer zwei, niemand hat Zeit, deine Bewerbung zu lesen. Jetzt hast du das vielleicht schon ein paar Wochen gemacht und denkst, dir hat bisher nicht so gut funktioniert, ich muss denen noch mehr erzählen. Ah, ich war damals ein halbes Jahr in den USA, das sollte ich vielleicht mit unterbringen, ich habe im Studium mal dieses eine Projekt gemacht, da habe ich sogar einen Preis für bekommen. Ich kann denen noch so viel erzählen und du packst immer mehr rein. Und jetzt gucken wir uns die andere Seite an. Wie sieht es auf der Firmenseite aus? Und da fange ich erstmal mit einem ganz kleinen Unternehmen an. Stellen wir uns mal vor, die Firma wäre noch so klein, dass die noch keine eigene Personalabteilung haben. Das heißt, vielleicht sitzt du da gerade, bist da fest angestellt und ihr braucht dringend Verstärkung. Jetzt kommt deine Chefin zu dir und sagt, kannst du dich bitte mal um die Bewerbung kümmern? Wir haben jetzt ganz viele Unterlagen bekommen, du müsstest jetzt mal so eine Vorauswahl treffen. Wen sollen wir denn überhaupt in die nächste Runde mitnehmen? Wen sollen wir überhaupt mal kennenlernen? Und du denkst dir, Mist. Du fragst deine Chefin, okay, wie viele Unterlagen sind es? Och, 278. Jo. Kleines Gedankenspielchen. Angenommen, es sind wirklich so um die 270, 280 Bewerbungen. Und du brauchst vielleicht nur 5 Minuten, um jede einzelne Unterlage zu lesen. Das ist nicht viel. 5 Minuten Zeit, um das Anschreiben zu lesen und zu verstehen, den Lebenslauf, der ja auch noch ein paar Seiten hat. Und auch nochmal in deine Zeugnisse und Zertifikate zu gucken, was du sonst noch so mitschickst. Und angenommen, du machst sonst nichts anderes. Du trinkst nicht, du isst nicht, du machst auch nicht das Gegenteil davon. Du machst überhaupt keine Pausen. Dann sind das 3 volle Arbeitstage. Nur um die Bewerbung einmal zu sichten. Dann hast du noch niemandem ein Feedback gegeben auf seine Bewerbung. Hast noch niemandem einen Zwischenstand gemailt. Du hast keine Fragen am Telefon dazu beantwortet. Und du hast dich noch mit keinem anderen Kollegen dazu abgestimmt. Also da kommt ein riesiger Berg an Arbeit, was man als Bewerber immer gar nicht so sieht. Weil man sieht sich selber, packt alles rein. Und die Firma hält es gerne so kurz und präzise, wie es halt gerade noch sinnvoll ist. Deswegen hast du eine schwierige Aufgabe. Es ist dein Job als Bewerber, schon mal vorher dir zu überlegen, worauf kommt es eigentlich an? Und wenn du das nicht tust, dann wäre das ein bisschen so, als würde man im Sport nicht mehr Gold, Silber und Bronze vergeben, sondern alle kriegen halt irgendwie dasselbe Metall. Wenn jeder gewinnt, dann hat in Wahrheit gar keiner gewonnen. Und wenn alles in deiner Bewerbung wichtig ist, dann ist gar nichts wichtig. Also diese Methode zu sagen, ich packe am besten alles rein und die sollen das finden, was sie brauchen, das geht ganz oft schief, weil die auf der anderen Seite halt nicht die Zeit haben zu suchen. Und angenommen, das wäre jetzt eine größere Firma, die schon eine Personalabteilung haben, dann könnte man jetzt denken, okay, da sieht es anders aus, weil die haben ja extra Leute dafür. Da darf man aber auch nie vergessen, da ist dasselbe Problem, nur ein paar Größenordnungen stärker. Denn anstatt, dass die eine freie Stelle betreuen, haben die vielleicht 16. Und dann haben die halt nicht 250 Bewerbungen, sondern 16 Mal so viele. Und wenn es auch noch eine renommierte Firma ist, dann kann man das Ganze nochmal locker mal 10 nehmen. Also, wenn du nicht selber schon dich entscheidest, was ist wichtig, was stelle ich in den Vordergrund, dann ist die Gefahr ganz groß, dass bei dir alles in den Hintergrund tritt. Kreativität ist ein Killer. Ich mache jetzt seit zwölf Jahren hauptberuflich nur noch Bewerbung. Und ich glaube, ich habe inzwischen so ziemlich alles gesehen, was Menschen so als Bewerbung verschicken. Ich schneide meine Bewerbung rund und verpacke sie in einer Filndose. Oder ich stecke die in ein Blumenbuket und verschicke einen Strauß oder so. Aber das, das meine ich damit noch gar nicht. Sondern Kreativität, die dir schaden kann, fängt schon viel, viel früher an. An einer Stelle, wo du gar nicht damit rechnen würdest, dass das eventuell schon ein Problem ist. Denn da ist wieder dieser Effekt, wenn man schon sehr viele Bewerbungen verschickt hat und es hat noch nicht funktioniert, dann kommt man irgendwann auch auf die Idee und denkt sich, jetzt muss ich irgendwie auffallen. Ich kann nicht diesen langweiligen, schwarz-weißen, tabellarischen Lebenslauf verschicken. Damit gewinne ich doch keinen Blumentopf. Ich muss das ein bisschen kreativer aufziehen. Und das kann ganz oft nach hinten losgehen. Sowas hier, obwohl es total schön aussieht, kann dich die Zusage kosten. Und warum ist das so? Denk wieder an dieses Ungleichgewicht aus dem Punkt 2, den ich eben hatte. Bewerberauswahl findet immer unter chronischem Zeitmangel statt. Und wenn du jetzt überlegst, da liegen wieder 200 Bewerbungen und in 195 davon mache ich den Lebenslauf auf und erfahre dort deine Stammdaten, deine praktische Erfahrung, deine Theorie, deine Kenntnisse und Fähigkeiten und am Schluss alles andere. Dann weiß ich ganz genau, wenn ich bei dir jetzt nur mal ganz kurz nachgucken wollte, wie es denn um deine Englischkenntnisse steht, dann blätter ich sofort zur letzten Seite in diesem PDF, weil ich weiß, das steht bei den Kenntnissen und Fähigkeiten und das wird bei dir wahrscheinlich auf der letzten, vielleicht auf der vorletzten Seite unten sein. Ich kann also sehr, sehr schnell das finden, was ich brauche, um meine Arbeit zu machen. Wenn ich dann allerdings sowas bekomme, dann muss ich erst mal den Gedankengang dieser Bewerberin nachvollziehen. Und wenn ich schon mal so kurz scanne, dann werde ich sehen, ah, die arbeitet da so mit Skalen, vielleicht ist bei diesen blauen Strichen was dabei. Ach nee, warte mal, sie hat für Sprachen unten noch extra was in Gelb. Könnte man ja jetzt denken, ach, der soll sich nicht so anstellen. Das ist doch sehr übersichtlich und der hat es doch jetzt auch gleich gefunden. Es ist ja für jeden Einzelnen auch tatsächlich nicht viel. Man vergisst als Bewerber nur immer die Summe. Wenn ich 200 Mal suchen soll, sind es bei dir die gelben Skalen auf Seite 1 oder die grünen Sterne auf Seite 2? Oder ist es bei dir die linke Extraspalte, die du auf der Titelseite gemacht hast? Oder hast du es ganz unten vielleicht als Kreise mit Prozentsymbolen? Du zwingst mich in dem Moment jedes Mal, meine übliche Routine zu durchbrechen und Zeit zu investieren, nur um das rauszufinden, was ich bei anderen auf den ersten Blick finde. Und das kann je nach Tagesstimmung in der Personalabteilung schon mal auf Unwillen stoßen. Das ist das eine. Das zweite ist, die meisten Leute können sowas nicht selber bauen und nutzen dafür Templates. Wie gesagt, ich habe in zwölf Jahren sehr viele Bewerbungen gesehen und Personaler sehen auch sehr, sehr viele. Wenn ich eine Bewerbung bekomme, dann kann ich dir sofort sagen, erstens, ob das ein Template ist und zweitens, meistens sogar, wo du es her hast. Das heißt, diese ganzen Templates, die du irgendwo runterladen kannst, gaukeln dir eine Individualität vor, die es gar nicht gibt. Dann bleibt nur noch die Option, es selber machen. Und hier so bei diesem Beispiel sieht man, das hat sie wahrscheinlich nicht selber gemacht oder sie ist vom Fach. Wenn man es nämlich nicht selber kann, dann sieht man das den Lebensläufen leider auch an, dass das jemand quasi so selber hingebastelt hat. Oder eben wie in diesem Fall, könnte es ja sein, dass diese Frau tatsächlich Mediengestalterin oder halt irgendwas Designartiges von Beruf ist. Und das ist tatsächlich auch die einzige Ausnahme. Das sind die Einzigen, die sowas können und das sind auch die Einzigen, die sowas tun sollten. Denn in dem Fall ist das nicht nur ein Lebenslauf, sondern gleichzeitig eine Art Arbeitsprobe. Wenn du dich auf einen grafisch-kreativen Beruf bewirbst, ist sowas hier super. Wenn du dich allerdings für die Sachbearbeitung bei einer Versicherung bewirbst, dann sagst du dem Personaler oder der Personalerin damit nur, verstehe bitte meinen Gedankengang, weil ich habe keine Lust, dir das so zu geben, wie du es eigentlich erwartest. Und mir ist dabei so als Bild eingefallen, ich habe zum Beispiel früher an einem sehr, sehr großen Konzern gearbeitet, wo wir am Monatsende immer melden mussten, wie viel Zeit wir auf welches Projekt verwendet haben. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr hinsetzen und so eine ganz öde Tabelle ausfüllen, Projekt X habe ich siebeneinhalb Stunden gemacht und da das und das. Und wenn ich da jetzt auf die Idee gekommen wäre, weißt du was? Nein, ich möchte das mal kreativer machen. Ich werde diesen Monat einfach ein Lied schreiben und es als Video an dich schicken, wo meine Stunden drin sind. Dann denkt der arme Mensch, der das am Ende alles erfassen muss, auch nicht, ach wie schön, mal was anderes, sondern nur, musste das wirklich sein, musst du mir mehr Arbeit machen. Also, Kreativität kann ganz schnell zum Killer werden. Die drei Punkte nochmal im Schnelldurchlauf, die bittere Wahrheit eins war, die Firma sucht gar nicht den besten Bewerber. Punkt zwei war, niemand hat Zeit, deine Bewerbung zu lesen. Und Punkt drei, Kreativität kann ein Killer sein. Oder um das Ganze mal etwas freundlicher zu formulieren, Standards sind dein Freund. Die wirken auf dich vielleicht langweilig, weil du auffallen möchtest, aber du fällst gerade dadurch auf, dass du bewährte Standards gut einsetzt. Das willst du ja im Beruf dann auch tun. Bestimme selbst, was wichtig ist und lass die anderen auf gar keinen Fall suchen, denn dazu fehlt ihnen schlicht die Zeit. Oder um das Ganze etwas freundlicher und auf den Punkt zu bringen, als Bewerber ist dein Job eigentlich nur, es der Firma so einfach wie möglich zu machen, dich gut zu finden. Wenn du das machst, dann hast du alle Chancen der Welt. Nehmen wir gemeinsam Abschied vom größten Fehler, den Bewerber machen. Und das werde ich jetzt hier nicht mehr in aller epischen Breite machen. Nämlich genauso wie Vorlagen zum Beispiel beim Thema Wie gestalte ich den Lebenslauf? Dich nicht voranbringt, gilt das erst recht für die Texte, die du schreibst. Ich lese wirklich zehnmal am Tag dieselben Phrasen, die jemand sich gegoogelt hat, in der Hoffnung, dass das jetzt der Bringer ist. Aber auch diese Phrasen und Floskeln, alles, was man so in Google als Anschreibe-Tipps findet, erkennt man halt sofort wieder. Floskeln helfen dir da nicht weiter und Vorlagen erst recht nicht. Wenn ich jetzt anfange zu erklären, wie du es besser machst, dann sitzen wir tatsächlich noch heute um 19 Uhr hier. Und zwar habe ich hier etwas vorbereitet. Wenn du jetzt oder in den nächsten Minuten auf diesen Link gehst, also meine Webseite volkerklärchen.de slash OKT für Online-Karriere-Tag oder du scannst einfach diesen QR-Code, dann kannst du dich dort in mein Newsletter eintragen. Und wenn du das tust, dann schicke ich dir noch heute Nachmittag eine Einladung zu einem Webinar von mir und wo ich eine Stunde lang nur über das Anschreiben sprechen werde. Das Anschreiben, woran es meistens scheitert und was du besser machen kannst, um in dieser Masse wirklich aufzufallen. Und der Schlüssel hinter allem, hinter allem, was ich heute erzählt habe und was ich dort erzähle, ist eben weniger Arbeit, weil du nämlich aufhörst, Energie und Zeit an Stellschrauben zu verschwenden, die dich am Ende nicht voranbringen, wie zum Beispiel stundenlang an einem Design zu basteln und dafür dann trotzdem mehr Erfolg zu haben, weil du dich nämlich auf das Wesentliche konzentrierst. irgendwie Shakeout und haltet mir, meine hurtigungsобраз Séun freebie, bei dem.. encouragement patv realize. bei dem Moment existem jakieś in ich bin eins, Aber dann in der Zeit Vielen Dank.